Ich wüsste nicht, warum es nicht in unserer heutigen Zeit auch passen würde. 1 und 2 und 3 und 4 und 6 und 7 und 9 und 10. Warum Deutschland? Die Verbindung, also das Chor ist wie eine Mutter. Ich bin jetzt nicht hierher gekommen, weil ich keinen zum Reden hatte und hier quasi meine kleine anonyme Selbsthilfegruppe gesucht haben. Man reift hier relativ schnell zum richtigen Mann ran. Man wird ja auch in gewisser Weise dazu gezwungen. Ein Gegenpol zu der anderen Seite, wo es dann darum geht, immer schlutriger und gelangweilter von der Welt zu werden. Fuchsenbesteck bestehend aus einem Feuerzeugtaschentuch, Taschentücher, Kugelschreiber, Semesterprogramm und einem Kondom. Stiftig um mein Taschentuch bitte. Brüder, Freunde, lasst die Welt verändern, die Farben hoch hinausgetragen mit unserer Freundschaft zu Treubändern. Prost, Rost! Untertitelung des ZDF, 2020